Viktor Schalkiewicz ist ein weißrussischer Schauspieler, Poet und Liedermacher. Biografie Geboren 1959 in Porozo bei Grodno in der sozialistischen weißrussischen Sowjetrepublik wuchs er mit jüdischen Wurzeln inmitten von drei Kulturkreisen auf, dem weißrussischen, dem polnischen und dem jüdischen. Seine Ausbildung am Staatlichen Theaterinstitut beendete er 1980 bis 1991 spielte er am Grodno Stadttheater. Seit 1991 arbeitet er am Grodno Puppentheater. Schalkiewicz ist Schauspieler, Poet und Bade. Seit seiner Schulzeit schreibt der Lieder und führt sie auf. Er konzertierte in Weißrussland, Tschechien, Frankreich, Litauen, Deutschland, Polen und Russland. In den Filmen Slutsüblut, Nogosüne und Sletki, J.A.D. Lupi spielte er die Hauptrolle. Seine Lieder sind sehr persönlich, voller Sarkasmus, Ironie und Trauer über unerfüllte Hoffnungen und trotz herer Themen kommt er ohne Pathos aus. Während seiner Auftritte reagiert er spontan und unberechenbar. Preise Schalkiewicz erhielt den Orden des Lächelns, war Sieger des Grand Prix Festivals Basowista 1992, erhielt den Grand Prix des Festivals Jesien Bado. Herbst der Baden 1992, war Gewinner des Festivals Piesny, Autor Schiejo R.A., wurde nominiert beim Vüda-Zeni-Festivalu, war Sieger des Grand Prix nationalen Wettbewerb. Die Ankunft des Baden 2005 und gewann den Grand Prix nationalen polnischen Wettbewerb Pribeisi, Bado, Schalkiewicz in Deutschland. Schalkiewicz war 1998 zu Gast auf der Burg Waldeck. Texte von ihm wurden von Dieter Kalker ins Deutsche übertragen. Kalker widmete ihm sein Freiheitsliednummer, um ihm Hoffnung auf andere Zeiten zu machen. Lieder von Schalkiewicz wurden auf MDR Figaro gesendet. Diskografie Niewiditsch-Nimur Unsichtbare Mauer 1999 Limitschnitt eines Konzertes in Minsk zusammen mit Ilskamoky, Schiminzykowitsch und Dieter Kalker, Provincia 1992, Smutny-Biel-Aruski-Blues, trauriger weißrussischer Blues 1996, Ballady-Iramansi, Balladen und Romanzen, Kata 97, 1998, Dobray-Ranesi, Waibranaje-Auswahl 2002, Z.A. 100, Krokau, Edwost 3, Brahmi, Abohyara, Fia, B.K.L.I. Vakolikau 2003, Haracinich-Preis-Yamli-Usche-U-Minsku, Lü-In-Minsk 2006, Viatimikalei, Heiliger Nikolaus, Jolatschka, Bema Group 2005, Neue Lieder und Anekdoten, Bema Group 2009, Theateraufführungen, LZY Cinema Notronico, Zlotka, Trussi, Znamiloshi, Tutesi